Solarbetriebene Windmühlen bauen, viele verschiedene Ausflüge und Besichtigungen und natürlich ganz viel Spaß. Das ist das Adventure Camp. 2024 begeistert es mit seiner Vielseitigkeit und der Abwechslung. Das Adventure Camp ist eine ganztägige Ferienbetreuung mit Mitschwerpunkt im Zeitraum vom 22. Juli bis zum 2. August und richtet sich an MitarbeiterInnen Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Begleitet und durchgeführt wird das Programm bzw. die Ferienbetreuung von Inspire. Ein Programmpunkt des diesjährigen Adventure Camps ist ein Besuch bei der Opus Remise. Die Kinder haben sichtlich Spaß und bekommen hier ganz viele neue Infos. Also mir gefällt es eigentlich da gut. Ich habe mir schon gedacht, dass da so irgendwas gibt, aber ich habe nicht gewusst wo und eigentlich gibt es echt interessante Sachen da. Ich wusste nicht, dass es so viele U-Bus hier gibt und ich habe halt auch nicht gewusst, dass es so Überwachungskameras im Bus gibt und Ladekarate. Ja, also mir hat es sehr gefallen. Ich finde es sehr interessant. Vor allem, da fährt man ja auch durch die ganze Stadt und ich finde das sehr spannend. Das Adventure Camp begeistert die Kinder mit den vielen Ausflügen und Besichtigungen und erwachsenden Gemeinschaft. Bis jetzt hat es mir gut gefallen und weil ich habe einen neuen guten, coole Freund gefunden. Das war cool und man macht halt viel, viel Ausflüge, weil man findet Freunde. Ich habe eben auch immer bei jedem Ausflug etwas dazugelernt und das macht sehr viel Spaß. Als familienfreundlicher Arbeitgeber ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Salzburger AG sehr wichtig. Dementsprechend ist auch die Ferienbetreuung ein wichtiger Bestandteil. Außerdem soll durch den MINTSchwerpunkt das Interesse der Kinder geweckt bzw. gefördert werden und natürlich darf der Spaßfaktor dabei auch nicht fehlen. Weitere Infos finden Sie unter www.salzburg-ag.at